Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 19. Dezember 2022. Der größte Espresso der Welt wurde entdeckt. Er ist 500 mal größer als der übliche Standard-Espresso. Es geht ein gewaltiger Ruck durch die Welt der Experten für Espressi. Die Entdeckerin Beth sagt dazu. Als nächstes versuche ich, die größte Ananas der Welt zu finden. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich würde gern beziehen, aber ich kann einfach nicht. Ich glaube nicht, dass diese Information wichtig genug für die Nachrichten ist. Nein. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Ruan Kabay. Der 19. Dezember war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. What the hell? Ich hatte die Idee.